CDU-Politiker Armin Laschet übernimmt auf Vorschlag von Wirtschaftsminister Robert Habeck die Mitgestaltung des Kohleausstiegs. Dafür wählte die RAG-Stiftung den ehemaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten zum neuen Vorsitzenden ihres Kuratoriums. Die Stiftung ist für die Finanzierung der Ewigkeitslasten zuständig, die nach dem Kohleausstieg anfallen. Die teuerste davon ist das ständige Abpumpen von grobem Wasser. Bereits als Ministerpräsident beteiligte sich der Sohn eines Bergbausteigers am Ausstieg aus der Steinkohleförderung. Laschet tritt die Nachfolge des ehemaligen RWE-Chefs Jürgen Großmann an, der zehn Jahre lang Kuratoriumsvorsitzender war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017